Wer ist dir Ho? Oh lol ich bin... Geil! Ey Nadine, vor allem ich sag, wer ist die Ho? Ah, so gut, alter! Nein, nein! Nein, das hab ich gemacht! Nein, ich bin mit Papi Fan! Schlechter kann die Runde nicht laufen! Eine Sekunde Instant Report! Ja, da wird rauslaufen. Ne. Ich laufe in Camps. Oh, Entschuldigung, Cyat reported. Ja, ich habe reportet und ich habe das Horn. Und ich habe Andrello gerade von der Leitsche weggelaufen sehen. Und wenn er schon so anfängt, dann war es auch kein Morphling. Nein, Morphling war es ja auch nicht. Okay, also würdest du sagen, ich habe gekillt? Nein. Nein, auch nicht. Ja, äh... Crew King schick das mal überall hin. Ich gehe rein, da wurde schon gefixt. Ich weiß nicht, wer es gefickt hat. Ich gucke kurz an Camps. Ich laufe raus. In dem Moment fällt auf Ungehöhe der T-Kreuzung, fällt Pufu um. Ich war halt am Laufen. Lass los. Und in dem Moment drücke ich Report. Aber du warst schneller. Okay. Die Frage ist, wer hat es gekillt? Also sagst du Warlock? Ich denke Warlock. Oder Pufu schießt auf mich. Aber das glaube ich nicht. Pufu ist nicht David. Warum kommt David aus dem... Pufu hatte übrigens ein ganz krasses Movement über Dropship. Erstmal so links, rechts, links, rechts. Und ich dachte mir so, okay, gut. Ganz schnell weg. Aber damit haben wir ausgeschlossen, dass ich es bin. Weil El Drenno sagt, ich war es nicht, weil er umgefallen ist. Er könnte trotzdem ein anderer so sein. Aber er Psy hat sich bewegt. Er kommt für einen Warlock nicht in Frage. Es sei denn, Pufu hat geschossen, Wendam. Aber das traue ich Pufu nicht zu. Thoram, du warst ja auch da. Da hat Smegi sich bewegt, weil er statt ja mitten... Ich habe mich bewegt am Ende. Ich habe mich zwischendurch... Ja, aber der Kill ist ja jetzt gerade umgefallen. Richtig. Das war ein Instant Report. Das gebe ich auch zu. Der ist gerade erst umgefallen. Ja, und nein, nein. Es geht darum, ob ich mich bewegt habe. Ich habe mich eine kurze Zeit nicht bewegt. Aber am Ende habe ich mich bewegt. Und... Also wir halten Pess, Psy oder... Also weniger Psy, sondern eher Andrello oder halt Warlock. Oder halt Sheriff. Ja. Ja. Ich traue Pufu den Sheriff-Move halt nicht zu. Wow. Aha. Er hatte halt wirklich... Wir haben ja nicht mal eine Leiche gehabt. Wie soll der dann schießen? Frag mal David. Oder? Ja, frag mal David. Ja, ja, genau. Wir stehen im Dropship und er schießt auf meinen Medic. Hey, Jumel, hey. So der Asmus bleibt da oben. Ja, ich war auch da. Richtig. Hast du irgendwie eine Spürnase vielleicht noch? Ähm... Nein, aber wir können hier skippen für jeden, der einen Cooldown hat. Jeder, der einen Cooldown hat, müsste wissen, was passiert ist. Also wir können hier skippen. Wie deutlicher willst du es eigentlich noch sagen? Ja. Aber ich glaube niemand mehr, dass er Sheriff ist übrigens. Hä? Der Cooldown für Imposter war noch gar nicht rum, Leute. So, Justin, Justin. Äh, ganz kurz. Äh, ganz kurz. Ich als Imposter kann sagen, das ist ein Spaß. Ne, aber ganz, ganz kurz. Äh, ganz kurz. Cooking hat letzte Runde auch gemeint, dass der Sheriff wieder noch 30 Sekunden war. Ebenso. Ich als Justin kann sagen, mein Cooldown ist noch nicht runter. Okay. Mein Task kommt folgendermaßen. Wir gehen rechts zur Common Task. Papi Ben stellt sich erstmal an Swipe Card. Hab ich gesehen. Ja. Ja, das hab ich auch gewonnen. Er rejustiert sich noch zweimal währenddessen. Oh, okay. Ja. Gut, dass man auch einfach zu dumm bin, da dran zu laufen. Äh. Er liegt wahrscheinlich irgendwo in Lab oder so? Ja. Am, äh, Teleskop. Damit ist das von Andrello ja auch bestätigt. Hat er echt die Commentars gefälscht? Äh, falsch gefälscht. Oh Gott. Ja, er hat echt die Commentars gefälscht. Hab ich auch gesehen. Stimmt. Achso, Leute, ihr wartet auf mich. Ja, wie geht's euch sonst so? Ja, er kann noch mal reden. Er lebt noch. Er lebt noch. Warte, warte. Ich zitiere. Ich zitiere. Warte, warte. Ich muss was sagen. Gerade meine ich so. Oh Bro, hast du überhaupt noch reden dürfen? Also, wenn ich Imposter war? Ja. Stimmt, da war ja was. I'm just saying, Bro. Warum krieg ich zwei Votes? Maggie ist Maggie. Dafür hab ich nicht gevotet. Hä? Stimmt. Irrenlos. Nein, der lügt. Der lügt. Das hab ich nie gesagt. Dann scrollst mit ihm. Verpiss dich. Verpiss dich. Witten wir, der wird auf mich schießen. Uch. Uch. Einfach ne ganze Armee mit da drin. Nein. Nein. Richtiger Psycho. Jetzt nicht, da war wirklich böse. Nein. Guck, ihr kommt unten vom Wend. Ich schieße. Da lache ich so ehrlich, ne. Wenn er da hinten wird. Ich schieße. 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 Oh Gott, ich dachte, er will mich abstechen. Oh, Armer SIGHT. Und Psy hat sich an mir erschossen. sicher ja oder er er hat andere erschossen und vielleicht mit umgefallen aber er hat doch 100 pro wenn auch wenn er auf wenn er auf irgendwen schießt dann doch jetzt auf andrello ich glaube nicht ich glaube nicht dass mir die ganze zeit hinterher gelaufen das heißt mir die ganze zeit hinterher gelaufen bis lights aus waren dann sind wir rüber gelaufen und dann haben wir uns da wieder gesehen und dann lief er mit mir rüber ins zu lab direkt an der anfang an der tür von er ist mir die ganze zeit hinterher gelaufen habe ich auch gerade das gefühl so warum soll ich dann reporten wenn ich doch wenn ich ihn doch nein es macht doch keinen sinn aber es macht ja nur sind also du musst ja nur zugeben dass nach den ganzen gesprächen das einfach nur sehr weird ist ja was soll ich machen aber wenn das doch so passiert ist ja eure sicht ihr habt halt einfach ein knick in der optik eure sicht habt ihr euch schon mal diskutieren hören habt ihr schon mal eine diskussion noch mal angehört die hier stattfindet ihr müsst euch mal reinziehen was ihr von euch gibt wer ist noch frech ich glaube aber es sei mal böse 4 3 2 1 ey der hat so ein glück ich schwörs dir genau in der sekunde kommt nadine ich achte zu wenig auf die lights um ehrlich zu sein ich muss viel mehr auf lights achten scheiße ja wurde die leiche wir haben ein morfling ja avluna läuft als also avluna läuft von ihrer eigenen leiche weg ja ich hab's ich hab's auch gesehen das kann nicht nie wie sein das kann ja kann's auch nicht sein also richtig also ich wir waren ja quasi fast zeitgleich ich hab's bestätigen ich glaube es kann nicht red sein ich hab mich halt erstmal gewundert wieso avluna von der leiche wegläuft in die portal und sehe dass es avluna ist da wird das oben beim hoch wo liegt die leiche denn direkt vor office wer call gerade wen wo ich kann auf jeden fall wenn ich jetzt wusste wo es Mac hingelaufen ist könnte ich ihn entweder saven oder eigentlich müsste also safes sind warte eigentlich müsste mich Nadine saven können weil Nadine als du unten im specimen angekommen bist bin ich gerade hochgelaufen ja aber ich hätte in der Zeit nein das kann nicht sein ich bin jetzt gerade aus Lab rausgetappt so lange ist das wirklich nicht her guck mal wie sie extra wie sie extra Infos verheimlicht nur damit ich sass werde fies ne ich hab schon relativ viel Zeit vergessen nein ich hab meinen Final Test geschafft in der Zeit und meine 1-10-Tast tun wir ganz kurz Nadine nimmt Lux da raus ich nehm Livi raus Thoramkolt diese Geschichte ist raus ist auch raus Livi hat mich ja dabei gesehen richtig also David Redfoss David Redfoss war auf jeden Fall auch Richter-Moto ich weiß aber nicht ob der Avalona gekostet hat deswegen David ja der muss selber reinwohnen der Vogel haben können das ist halt die Frage David wo bist du? nein oh tu wo genau das muss Alona und Thoram bestätigen war gerade bei Boiler und bin rausgelaufen auf Lona im Jenseits kann das bestätigen Alona ist aber tot ne nein 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 ich war mit euch gekommen ich war mit euch gekommen wir haben euch kurz nur da rüber gelaufen bitte da eh wohn da muss es doch Smaggy sein oder wer noch David genau ich habe getäugt es kann so dass Smaggy gewendet sein könnte nein mich ich habe mich das passt doch zeitlich gar nicht was labert ihr doch oh mein Gott ihr seid die größen Inter Alter wir haben ein mehr oder oh mein Gott wirst du Smaggy farmers Müsst es Smaggy sein Müsste es Maggie sein! Ich schwöre es dir, du bist so behindert, Alter! Kein bisschen Funken im Kopf, Alter! Bist du jetzt bester? Bester Sheriff im EU!